Hey Freunde! Oh Gott, jetzt sind wir so das jetzt ein Stück. Hey Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge von No Man's Sky. Es gab ein paar Updates in den letzten zwei Wochen. Genau zu sein, zwei Updates. Und zwar ein Halloween-Update und jetzt ein Next-Gen-Update, was so ein bisschen nochmal die Grafik geändert hat bzw. verbessert hat. Und ich befinde mich gerade vor einem Dungeon. Die Sache ist, ich habe vorhin schon mal eine Folge aufgenommen. Und aus irgendeinem Grund meinte mein Mikro nicht aufnehmen zu müssen. Da habe ich dann beim OBS wieder an der Seite beim Mikrofon AUX Audio gesehen. Ja, aus irgendeinem Grund ist das Ding auf einem roten X. Und das Video ist da, aber komplett ohne Soundspur und komplett useless. Mehr oder weniger. Deswegen habe ich das tatsächlich leider gescrappt. Und ja, ich nehme jetzt nochmal neu auf. Ähm, so sonderlich extrem viel verpasst habt ihr nicht. Ich habe lediglich, wie gesagt, zwei neue Schrott-Upgrades bekommen. Ich war halt in zwei Dungeons unterwegs. Ich mache jetzt in dieser neuen Aufnahme, in diesem neuen Aufnahmeversuch nochmal wieder zwei Dungeons. Und, ähm, in diesen Dungeons hat sich ein bisschen was verändert. Dazu aber gleich mehr. Ähm, erst einmal... Äh, ne, das war gar nicht hier. Ich wollte euch noch was zeigen. Das habe ich dann in der letzten Folge noch gemacht. Und zwar, ähm, es ging um das Multitool. Ich habe nämlich tatsächlich ein Experimental gefunden. Allerdings so ein kleines Mini-Dingchen hier. Und... Ich habe das ein bisschen geupgradet. Ich habe dem, ähm... Ja, alle Slots vollgemacht, soweit wie es mit A halt ging. Und, ähm... Wird es kalt? Ne, wird nicht kalt. Ähm... Ja, und... Da ich mir jetzt aktuell nicht sicher bin, ob dieses Multitool an sich, so wie es jetzt hier ist, besser ist als das, was ich habe. Also dieses Gewehr. Ähm, habe ich mich erstmal noch zurückgehalten, das Ding auf S abzugraden. Und da wollte ich jetzt von euch eben wissen, ähm... Sollte ich das auf S upgraden? Ist das besser als normale Gewehrtools? Sollte ich hier auf ein größeres warten? Wobei ich halt trotzdem finde, dass diese größeren Gewehre irgendwie geiler aussehen. Nur ist das jetzt halt so das erste Experimental, was ich selber gefunden habe. Und, ähm... Jo... Da hätte ich gerne mal eine kleine Rückmeldung von euch, wenn ihr mir da helfen könntet. Und... Aber... Jetzt geht's erstmal da drum... Da rein zu gehen, denn es hat sich ein bisschen was verändert. Und zwar sind die Dungeons jetzt angeblich schwieriger geworden. Sie sind kälter geworden. Und... Das habe ich jetzt beim letzten Mal... In den letzten zwei Dungeons tatsächlich schon gemerkt. Es ist tatsächlich schwieriger geworden. Ganz besonders viel schwieriger geworden ist es, ähm... Mit der Kälte. Und in der letzten Folge hatte ich jetzt tatsächlich allerdings zwei Dungeons, die... Nicht sonderlich bepackt waren mit Monstern und so weiter. Also auch keine infizierten Dungeons. Aber vielleicht ist das in dieser Folge ja besser. Und... Da bin ich mal gespannt. Und... Was uns da auf der anderen Seite erwartet. Ähm... Außerdem neu gibt es ja... Gibt es in diesen Dungeons jetzt zwischendurch mal Quecksilber und dieses unreine Metall. Da hatte ich jetzt in der letzten Folge, die leider nicht auf YouTube ist, äh... Schon ein bisschen was hiervon gekauft beim Schrotthindler. Das erkläre ich dann aber nachdem wir aus dem Dungeon raus sind. Weil ich muss dann ja sowieso dorthin. Und... Jo... An der grundlegenden Struktur des Dungeons hat sich jetzt leider nicht sonderlich viel verändert. Es ist lediglich nur... So balanciert worden, dass es jetzt ein bisschen härter ist, dort drin zu überleben. Und härter... Ist es definitiv. Nur ich weiß noch nicht, ob es wirklich, äh... So viel härter geworden ist, dass man da jetzt zumindest im Normal... Schwierigkeitsgrad... Probleme bekommt. Ähm... Das kann ich allerdings nur zu den... Elektrischen Dungeons sagen. Ich hatte halt eins, wo ein paar von diesen Monstern rumgeflogen sind, aber... Das andere war sogar komplett blank. Deswegen vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass die Folge gar nicht so ganz... Heile gewesen ist. Weil ich glaube, das wäre jetzt auch nicht sonderlich spannend gewesen. Ich hoffe, dass das jetzt nicht auch wieder ein leeres Dungeon ist, weil das wäre ehrlich gesagt ziemlich... Schade. Weil ich wollte jetzt nämlich nicht noch einen dritten Anlauf machen. Denn dafür ist es jetzt tatsächlich leider sehr spät. Ich wollte die Folge eigentlich um 22 Uhr oben haben, aber... Daraus wird jetzt wahrscheinlich nichts mehr. Die wird wahrscheinlich dann erst um 23 Uhr da sein. Extra schön spät für Halloween. Ähm... Wir befinden uns jetzt außerhalb der Karte. Die Sterne haben sich alle verändert. Was verbergen sie sonst noch? Ich kann sie hören. Ich kann sie hören, wie sie irgendwas tun. Okay. Was tun die Sterne im Norman Sky Universum? So. Und da sehen wir schon das Metall. Das finden wir jetzt in diesen Crates hier, dieses Neue. Und wie man am Kältemeter erkennen kann, es geht auch rapide schneller runter als sonst. Also man muss definitiv öfter sich ja in diese Heizeinheiten stellen. Das habe ich definitiv festgestellt. Da gibt es noch so ein Protokoll. Das müsste ich auch noch durchlesen. Ich brauche nämlich erst diese... Liste. Damit ich dann aufhören kann, diese Protokolle zu lesen quasi. Und... Ne, da ist er auch nicht. Okay. Müssen wir weiter suchen. Wir haben hier elf Räume. Das heißt, das wird ein bisschen grosser. So, was haben wir... Oh, das ist wieder so ein... Das ist wieder so ein Dungeon. Oh, Mann! Ich will doch jetzt nicht noch mal an das Laufwandern. Ich möchte unbedingt ein infiziertes Dungeon mal haben. Ansonsten... Mach ich mehr Folgen davon. Nein, jetzt hat es mich zurückgeholt. Dieses Dungeon... Grinden. Dieses... No Man's Sky Dungeon Grinden. Vor allem weil es jetzt hier nämlich zwischendurch Quecksilver drin gibt. Da ist die Motivation ein bisschen größer. Äh... Quecksilver brauche ich nämlich eine ganze, ganze, ganze Menge. So, und ich... Gib's nochmal ganz genau hin. Nein, das Mikrofon nimmt meine Audio auf. Das Mikrofon nimmt sie auf. Und ich hoffe... Dass das Audio auch okay ist. Weil wenn es nicht okay ist, dann... Flippe ich wahrscheinlich aus. Und... Mach nochmal eine ganze Woche Pause mit YouTube. Weil das... Das ist das Schlimmste. Da war Quecksilver. Es ist... Das Schlimmste ist es, wenn die Aufnahmen nicht laufen bei Filmen. Dann... Das ist so richtig... Äh... Da ist noch eine Kiste. Da sind noch... Zwei Schränke. Ich lasse jetzt hier auch nichts aus den Augen. Ich möchte kein Quecksilver liegen lassen. Und ich muss gleich mich an eine Heizeinheit stellen. Weil sonst gibt's nämlich gleich Aua in die Eier. Und mir frieren jetzt die Eier zu. Mir frieren gleich die Eier zu. Nein, 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 nein. Oh, Puh, Puh. So. Dann wollen wir mal hier gucken. Ich muss... Ich muss diese Aufzeichnung gleich noch lesen. Ich brauch noch diese Karte. Ich glaub ich brauch die... Brauch ich die... Brauchte ich die schon hier? In Quarantäne. Ja, wir sind grad aktuell auch immer noch in Quarantäne hier. So, komm, sag an. Was willst du? So, die haben wir. Ähm... Locations... Für diese Bände haben wir eins hier. Erstmal wieder die ganzen random Zahlen da durchlaufen lassen. Kennen wir innen auswendig. So. Gab es hier noch eins? Ist jetzt die Frage. Und jetzt geht die Katze wieder ab. Ah... Ja. Auch in den ganzen Minecraft-Folgen schon. Äh... Aha, wir haben sie ja gefunden. Sehr gut. Erstmal kaputt schießen. So. Ich nehm auf jeden Fall alle Crates mit. Weil es kann überall das Zeug drin sein, was ich brauche. Das ist wieder so ein... Halbtot-Dungeon. Oh man! So. Immer kurz gewartet, bis der Karte sich beruhigt hat. Was auch immer er hat. Ich weiß es nicht. So. Ach, den muss ich gar nicht mehr lesen. Ja. Wir wurden von Piraten angegriffen, während wir durch den Vakinenraum reisten. Wir konnten den feindlichen Schiffen zwar entkommen, verbrauchten dabei aber beträchtliche Mengen Treibstoff. Daher mussten wir die Expedition umleiten, um zusätzlichen Treibstoff einzulagern. Habe ich das nicht irgendwann schon mal vorgelesen? Wir wurden angegriffen, während wir gerade unsere Vorräte auffüllten. Dadurch fiel der Druck der Inneren schrotten ab und wir wurden schwer beschädigt. Habe ich jetzt gerade nicht Metall bekommen dadurch, oder? Ich weiß es nicht. So. Hier haben wir den kleinen Lagerraum. Achja, hier. Lagerräume in dieser Art und Weise klackern übrigens. Keine Ahnung warum. Die klackern. Oh. Ich kann da raus sehen. Cool. So. Ich werde gleich mal in ein anderes System reisen und da nochmal einen Dungeon aussuchen. Weil ich möchte ein Infiziertes haben. Ich möchte ein Infiziertes haben. Ich finde die infizierten Dungeons einfach viel atmosphärischer und cooler. Wahrscheinlich sind sie auch gerade ausgerechnet deswegen so selten. Eben weil sie so atmosphärisch sind. Und so cool sind. Krankenstation. Auf so einer Krankenstation die dauerhaft klappert möchte ich aber nicht liegen. So. Oh, oh, oh. Heizmodul, Heizmodul, Heizmodul. Heizmodul? Äh, äh. Gibt es hier kein Heizmodul? Heizmodul! Ah! Es gibt hier kein Heizmodul. Es gibt hier kein Heizmodul. Okay. Ich lade auf. So. Bitteschön. Äh. Ja, du solltest eigentlich das andere aufladen. Aber, ja gut, von mir aus dann halt das. Ähm. Da sind noch zwei. Dann ist hier auch durch, glaube ich. Gibt hier in keinen Räumen Heizmodule oder was? Also in dem auf jeden Fall nicht. So, willkommen Großrechner. Mal das gleiche Rätsel. Ich möchte neue Rätsel haben. Ich möchte neue Rätsel haben. Ich möchte neue Rätsel haben. Quartiermeister Otwi. Hä, den kenn ich doch. Warte mal, hab ich das Dungeon hier schon gespielt? Ich hoffe nicht, äh. Ähm. Ähm. Ja, okay. Jetzt hab ich vergessen, das vorzulesen. Entschuldigung. Tut mich leid. So. Ich reiß gleich definitiv mal ein anderes System. So. Aber ich glaub, man hat's gemerkt, dass das mit der Kälte extremst zugenommen hat. Und man darf nicht vergessen, ich hab in meinem EXO-Anzug plus 21% Kälteresistenz und 20% Geschutzbatterie. Das bedeutet 20% mehr Batterie im Gefahrenschutz und 20% Kälteabsorb. Das bedeutet ungefähr 50% bessere, besserer Kälteschutz. Jetzt zählt den noch weg und zählt das Szenario dazu, dass ihr das im Survival spielt. Dann könnte ich mir vorstellen, dass das wirklich eine extrem teure Angelegenheit ist. vom Kälteschutz her. Da müsste man dann definitiv die Geschichten aufladen. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass die das jetzt nicht nur zu Halloween so haben mit dem Kältezeugen so. Sondern, dass die die Schwierigkeit hier wirklich drin behalten. Und das dann nicht, wenn Halloween zu Ende ist, revitieren. Das fände ich persönlich nämlich sehr schade. Ganz besonders mit diesem Kälte- Buff, sag ich mal. ist man halt wirklich sehr gezwungen, sich jetzt die Technologie zu besorgen, um in diesen Dungeons zu überleben. Auch wenn es meiner Ansicht nach trotzdem nicht sonderlich schwierig ist. Aber, man muss ja auch erstmal die Technologie holen. Das ist ja auch erstmal für den Anfang nicht so einfach. Ich bin mal echt gespannt, wie die im Survival sind, diese Dungeons. Vielleicht muss ich dafür bald echt mal in irgendeinem No Man's Sky Special mal irgendwie jetzt die Tage mal meinen alten Survival-Spielstand nochmal rauskramen. Und das dann mal auf die Probe stellen. So, Frachterschrott bitte geben. Danke sehr. So, ich hatte einen Raum glaube ich noch vergessen. Ist aber glaube ich auch nur ein kleiner Lagerraum. Und dann würde ich nämlich sagen, begebe ich mich gleich ins nächste Dungeon. Also erstmal in die neue, erstmal ins neue System. Und dann in ein hoffentlich infiziertes Dungeon, weil die Dinger, die mag ich so gerne. Die infizierten Dungeons, die haben es richtig in sich. So. Ich bin echt halt gespannt, wie das im Survival abläuft. Wie schnell einem da die Kälte runter geht. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass wenn du ohne Upgrades in Survival da reingehst, dass du einfach nur die ganze Zeit in der Ecke kauerst, weil es ständig nur kalt ist. Weil du ständig nur in diese, äh, dich vor diese Lichtdinger stellen musst, weil du sonst gar nicht vorwärts kommst, wenn du keine Upgrades hast. So. Jut, jut. Ähm. Was sagt mein Platz so? Hm. Naja. Naja. Ist nicht sonderlich schlimm. So. Ich brauche ein Planet mit Leben. Hat das blaue System hier Leben? Das blaue System hat Leben. Dann fliege ich jetzt da mal hin. So. Da sind wir auch schon. Und ich fackel auch gar nicht lange. Äh, die Planeten erkunden, das kann ich ein andermal machen. Jetzt möchte ich mich wirklich erstmal voll der Dungeons nochmal widmen. Außer gleich, äh, kommt Trouble. Na komm, finden wir das Dungeon bevor es abgeht. Schnell, schnell, schnell landen. Bevor die, bevor die Kavallerie kommt. So. So. Oh Gott. Bitte lass es ein Infiziertes sein. Bitte lass es ein Infiziertes sein. Bitte lass es ein Infiziertes sein. Ich hoffe sehr, dass es ein Infiziertes ist. Würde mich richtig freuen jetzt. Weil die haben echt Atmosphäre. diese Roboter-Dungeons, naja, geht so. Aber die Infizierten, die haben halt wirklich richtig geile Atmosphäre. So, komm schon, bitte. Bitte sei ein cooles Dungeon. Ähm. Ähm. Bin mir noch nicht sicher. Es kann auch sein, dass das erst leicht kommt. Manchmal, ähm. Manchmal kommen die Infekte... Ja. Haha. Es ist ein Infiziertes Dungeon. Okay. Bei denen muss ich echt aufpassen, weil wenn da diese kleinen Viecher rauskommen, die sind schon eine andere Nummer als die Roboter. Aber ich werde das glaube ich auch einmal provozieren wollen, um zu gucken, wie die so ticken. Boah, guckt euch mal an, wie schnell das mit dem Ding da runter geht. Ich möchte das echt mal im Survival ausprobieren, glaube ich. Das wäre echt eine coole Sache. Aber das dann in einer anderen Folge, glaube ich. So. Müsst ihr überhaupt erstmal, äh, wieder Anschluss finden an diesen alten Save, weil... Da bin ich ja in sämtlichen Arealen des Spiels total outdated. Da fehlen mir wirklich einige Dinge. Aber dann halt mal in so ein Dungeon zu gehen im Survival... Wäre schon eine coole Sache. Hier sind sie, die Klumpen. Bewege die dich nicht, das Nest regt sich. Ja, aber ich habe hier gerade ein ganz anderes Problem. Boah, wenn man hier keine Upgrades hat... Boah, das muss man sich hier ran stellen. Hallo Nest! Hallo! Hier ist okay. Es ist okay. Ganz ruhig schlafen. Schlaf schön, mein Nestchen. Es wird alles gut. Hatte ich das jetzt erhalten, dieses Ding? Ich glaube, ich habe es bekommen, ne? Richtig? Ja, ich habe die Zugangsdaten, alles klar. So, der Ketak-Entdecker. Was ist denn der Ketak-Entdecker? Was ist denn mit dem Ketak-Entdecker passiert? Lass uns eine... Lass es uns... randomisieren. Ene mene Miste. Oder so. Oder? Ne, noch nicht. Kann mal dem anderen... So. Okay, ihr Scheißfücher. Was taugt ihr? Klein und nervig seid ihr immer noch? Na? Wie viel Schaden macht ihr so? Na los! Feuer! Party! Zeig es mal her! Wie gefährlich seid ihr? Okay, also die machen definitiv mehr Schaden als sonst. Das merke ich. Aber dafür, dass sie mehr Schaden machen... zielen sie leider nicht besonders gut. Aber guck mal, die treffen halt gar nicht. Bei wem habt ihr denn schießen gelernt, Mensch? Hey, Freunde! Oh Gott, jetzt sind das nur so 14 Stück! Ach so Scheiße! Geh, aber ich hab immer noch... 3 Viertel meines Lebens. Aber ohne Technologie... Upgrades bist du echt, äh... Bist du echt verloren hier. Eigentlich müsste ich mal so ne Challenge machen. Ohne... Ohne Upgrades... Ohne Upgrades in so ein Halloween Dungeon zu laufen. Und das dann abzuschließen, so 100%. Das wär was. Noch ein Permadeath. Permadeath ohne Upgrades Dungeon spielen. Ja. Mal sehen, ob ich mich dieser Challenge annehme. Das Problem ist... Wobei, ne, ist eigentlich gar nicht. So ne Koordinate... Eine so ne Koordinate krieg ich ja... dann sowieso gratis. Ja, aber Permadeath generell mal anzufangen, wär auch mal ne Idee. Und dann... halt so ne Runde zum Zentrum zu machen. Auf Permadeath. Weil da gibt's ja auch ein Archivement für auf Steam. Überlegung, das zu machen... Ja, mal gucken. Mal gucken. Mal gucken, ob ich das mit dem... Dungeon angehe. Mal gucken. Eine Special-Folge. Wär eigentlich schon echt ein cooles Halloween-Special. Aber ich finde, selbst so ist es eigentlich... gar nicht mal so leicht. Also wenn man jetzt mal bedenkt, die Kälte und so. Ich mein, wir haben halt die ganzen Upgrades... sterben halt nicht einfach so. Aber wär echt ne interessante Challenge. Vielleicht nehm ich mich der ja sogar mal an... die Tage. Mal gucken. Keine Upgrades... ins Dungeon... auf Survival. Ey, das... das wird glaub ich nie klappen. Das wird never klappen, glaub ich. Ich... Ich glaube nicht, dass... Ich glaube auch ehrlich gesagt gar nicht, dass das effektiv wirklich möglich ist. Oder möglich sein soll. Weil selbst mit den ganzen Upgrades, die ich habe... bin ich ja jetzt zwischendurch manchmal noch kurz... meinen... Frostschutz losgeworden. Und hätte ich diese Waffe, die ich habe, nicht... würde ich wahrscheinlich auch verzweifelt an diesen... Nestern hier sterben. Äh, ne. Komm ich da durch? Ich muss hier so durchlaufen. Hallo Schrank. Hallo Schrank. Tschüss Schrank. War schön. Und jetzt müssen hier wirklich noch solche riesigen Viecher rumlaufen... die solche Schritte machen. Das war ja damals bei meinem allerersten Dungeon so. Ich habe gedacht, dass das ein riesiges... Monster ist, was hier drin langläuft. Und dann einjagt. Wirklich so wie ein Alien... Isolation. Okay. Nein, nicht die Leiter hoch. Hier langweilern. Boah ey, das mit diesen... Das mit den... erhöhten... Temperaturen... Schwankungen ist echt, äh... Ist echt nicht so leicht. Wenn du hier wirklich... Sagen wir mal ohne... Deine eigene Technologie aufzuladen... Überleben musst. Okay. Okay. Da dürfte auch alles weg sein. Da vorne geht's wieder runter. Plopp. Ah, diese Riesenräume. So, Loot scannen. Wir haben hier ein bisschen Loot. Ein bisschen Loot da vorne. Ja. Hier dürfte der Lagerraum sein. Genau. Ja, hier klappert es zumindest nicht. Also hier wäre ich schon viel lieber... In einem kranken Bett. Als da in dem anderen. Dann... Hm... Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Oh... So, immer verhindern kann man's nicht. So. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Also, okay, ich denke schon, dass das möglich wäre. Das im Permadeath oder im Survival halt zu schaffen. Ohne Upgrades. Aber da muss man halt extrem gut aufpassen und überlegen, was man macht. Ey, hier ist wieder kein... Gleich gibt's Frottschaden. Oder auch nicht, weil ich Dioxid dabei hab. Boah, ey. Boah, ey. Mann, 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 Mann. Und jetzt macht noch extreme Dungeons rein. Wo es nochmal fünffachen Schaden gibt. Und, äh... Die Kälte nochmal... Doppelt so schnell runterfällt. Boah, das wär's, ey. Das wär mal ne Challenge. Also, wo man wirklich richtig schnell sterben kann. Auch mit allen Upgrades und so weiter. So. Hier kriegen wir jetzt aber gleich... Äh... Außergefecht. Aber was ist denn der Unterschied zwischen Außergefecht und Verstorben? Das ist doch beides. Oder ohnmächtig. Okay, er ist ohnmächtig. Kommando... Offizier... Wie heißt der Offizier? Quartiermeister Koshi. Aha. So. Lesen wir das Captains Protokoll. Man versprach uns Schlachten. Man versprach uns Rache. Aber alles, was wir fanden, waren zitternde Überlebende. Allesamt Ketzer. Grah. Wo liegt in solch einer Tat die Herausforderung? Noch ein Scharmmützel. Die Maschinen folgen immer noch. Grah. Was gebe ich dafür mit dieser Stärke ihrer Macht zu kämpfen? Möge Hirg uns bewahren. Grah. Wir haben ein funktionierendes Wächterschiff gefunden. Seine Kernsysteme sind beschädigt. Die Bewaffnung ist intakt. Grah. Wir werden nicht länger vor bloßen Maschinen davonlaufen und uns verstecken. Ich habe der Crew befohlen, unsere Entdeckungen unsere eigene Frachterkomponenten zu integrieren. Die Wächter lassen uns jetzt alleine. Sie helfen uns sogar, als würden wir zu ihnen gehören. Das muss ich der Flotte berichten. Aha. Wächter sind doch nur Verräter. Ist doch alles nur Wächterverräter. So. Kam ich da jetzt runter oder muss ich da hoch? Nein. Ich glaube ich muss da hoch. Ich glaube ich muss da hoch. Okay. Dann gehe ich da jetzt hoch. Hallo. Was haben wir hier? Eine Abzweigung. Dann wieder so ein Experimentenraum. Da sind wir, diese Klapperdinger. Ey, was denn? War doch nicht mehr in der Nähe von euch. Kleine Nervenviecher. So. Okay. So, da dürfte der finale Raum sein. Natürlich, zwei Quallen. Zwei Creeperquallen. Die explodieren ja, wenn die in Kontakt mit jemandem kommen. Gibt es hier ein Schiff oder so? Gibt hier kein Schiff? Nee. So. Aber ich möchte alles hier mitnehmen. So. Sehr gut. Die noch und die noch. Dann haben wir alles. Dann könnte ich wieder zurück gehen. Und dann... ...müssten wir zum Schrotthändler. So, der nächste Frachter-Schrott. Ein Stückchen weiter zum S-Frachter. Wann ich den finden werde, weiß ich nicht. Chancen hatte ich dazu bis jetzt noch gar keine so richtig, weil ich hab mal noch nicht mal ein richtiges Modell gefunden. Es geht mir vorzugsweise ums Modell erstmal. Das Reloaden, das wird dann eine andere Sache. Das kann auch ein paar Tage dauern. Im Zweifelsfall. So. Dann gehen wir jetzt mal zum Schrotthändler und dann zeig ich euch mal, was ihr mit diesem Metall anstellen könnt. Und ich würde auch nochmal zum Nexus fliegen ehrlich gesagt und gucken, ob es dann eine Alternative gibt, um das Quecksilber einzutauschen. Ob man zum Beispiel für einen so ein Metall, aber ehrlich gesagt, das glaube ich nicht, einen Quecksilber bekommt, weil das wäre schon ziemlich enorm. Och ne, da habe ich jetzt keine Zeit für. Kann ich dem noch entgehen? Kann ich dann zumindest noch, äh, Kriege ich jetzt zumindest Unterstützung? Hallo? Ähm. Jetzt schon gerne zumindest Unterstützung. Schilde vollladen bitte. Mach dann nicht. Einmal vollladen. Hat ein bisschen was geladen. So. Boah, diese Crit-Hits hinten, die sind halt richtig krass. Muss die wirklich von hinten angreifen, diese Schiffe. Da kommen dann 1800er Crit-Hits bei raus. So. Easy. Alles kein Problem. Gar kein Problem. Brauchen wir keine Hilfe. So. Ich frage mich allerdings, wenn ich das jetzt eintausche da drüben. Ne, da drüben kriege ich wahrscheinlich noch nie, ne? Ne, 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 dann möchte ich doch schon besser... hier... ... 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 Builtown ... ... ... ... ... Und neue Frachter bauen, die größer sind und gefährlicher sind. Nochmal eine Nummer gefährlicher. Das wäre echt cool. Das würde mich richtig freuen. Naja. Gut. Dann würde ich mal sagen, ich werde jetzt keine geborgenen Daten einsetzen, sondern mache jetzt für diese Folge erstmal Feierabend. Ich hoffe, dass es diesmal funktioniert hat mit allem, dass es keine Probleme mit dem Sound oder so gibt. Und, ja, dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat. Lasst es mich wissen mit einem Like, einem Kommentar oder sogar einem Abo, würde mich alles sehr freuen. Sagt mir nochmal Bescheid wegen dem Multitool, wegen dem Experimental Multitool, ob das clever ist abzugraden oder nicht. Und, ja, das war es dann eigentlich. und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal.